hallo und herzlich willkommen zum nicht perfekten video aber natürlich mit den perfekten outfits für euch am schönen sonntag wir freuen uns wieder wahnsinnig dass ihr mit dabei seid wir zeigen euch heute frische schöne sachen ganz neu 2022 was gibt es neues was haben wir für trends was ist gleich schön tragbar für euch einfach wieder unsere schöne sportive mode heute zeigen wir euch mal tolle outfits von cecil da freue ich mich auch ganz arg drauf weil also die gehen von s bis xxl sprich von größe 36 38 bis größe 46 also das für jeden was beide schneidet auch mal ein bisschen großzügiger auch für frauen mit rundungen aber auch für schlanke frauen gar kein problem da ist für jeden was dabei und wir freuen uns natürlich euch dazu beraten also ruft gerne an wir schicken auch geld denkt dran das macht uns ja immer besonders spaß die überraschungspakete wenn jemand einfach anruft mensch ich habe einfach lust auf neues und so und so bin ich gebaut es geht ganz ganz zügig und dann schicken wir euch da packen raus also da würde freuen wir uns immer da bin immer ganz angst drauf das macht richtig spaß macht alles spaß mit euch also wieder ein danke an euren support mir freut uns schreibt in die kommentare auch wenn euch mal was nicht so gefällt das ist super weil da können wir dann dran arbeiten finden wir gut und natürlich auf lob da freuen wir uns natürlich auch immer also auch liebe begrüße an die männer die eifrig mit dabei sind am fernsehen oder wo auch immer großes danke und ich würde sagen jetzt fangen wir einfach an kamera man habe ich irgendwas vergessen schüttelt der kopf das ist immer sehr gutes zeichen also wir sind bereit für euch freut uns natürlich riesig und wir fangen jetzt natürlich gleich an mit unserem mega model nämlich der nicole und jetzt donnert ein applaus los 2022 herzlich willkommen liebe nicole ja jetzt wird hallo grüß dich du auch hier im video am sonntag hab's mal wieder gefunden ja super gell mit gehangen mit gefangen ja immer wieder gerne ja aber auch mit einem coolen outfit voll komplett in sessel gekleidet und das gefällt wieder deinem mann ja alles sportlich ja genau so sportlich so lässig cool ja wobei wir können wir frauen können ja auch web sein oder sportiv wir sind ja sehr wandlungsfähig ja es muss nur richtig kombiniert sein und das wichtigste ist ihr müsst euch wohlfühlen ja alles andere ist schnuppe und was das aus gegenüber nein wenn euch das gefällt wunderbar köln also mir gar nichts richtig sagen ich bin da auch sehr entspannt köln also richtig toll hier haben wir das schöne neue blau also gerade dieses nachtblau ist das neue schwarz ja ja und das ist doch toll ja weil vor allem ist alles alles so stimmig finde ich auch tasche, Hose, Wäschle, Wäschle, Wäschle genau ja richtig so Jäckchen ja Jäckchen, Wäschle ist Schwäbisch ich weiß Wäschle ist Jäckchen das sind wir noch nicht ja also schön auch die Farbe steht dir sehr gut ja blau in Kombination mit Lachs ja richtig richtig dieses schöne Tüchchen ein Loup für 15,99 super sieht toll aus schön fängt natürlich auch wieder die tolle Farbe richtig richtig habe ich das schön ausgesucht ja da hast du wunderbar ausgesucht ja weil die Nicole die darf sich das dann wir hängen das also hin und sie darf sich dann wo sie sich weil das ist ja das Richtige du präsentierst das und musst dich ja wohlfühlen genau was würde ich selber tragen was präsentiere ich gern und deshalb habe ich das ausgesucht dieses Outfit richtig von den schönen Sesselteilen die wir heute auch haben also sehr cool dieses Jäckchen ist auch also ich finde das ist so ein Allrounder ja wo man wirklich sehr angenehm ja ist das so ein Strick ja das ist so ein Strick also aber so ein Feinstrick also ich finde auch das ist ein Jäckchen das könnt ihr das ganze Jahr anziehen ja also das könnt ihr im Hochsommer über euer Top ja ab in den Urlaubskoffer damit das passt nämlich auch zu allem das ist toll ich finde es schön mit den Knöppeln hier richtig und hier auch das dann dieser Koppelzug ja der Bindel der Bindel an der Kapuze noch ein bisschen so gestreift ist also richtig toll richtig schön richtig schön und auch schöne Kapuze richtig richtig und eine gute Länge es ist nicht zu lang ja es hat eine gute Länge weil wir haben ja jetzt oft auch die Jäckchen gehabt die einfach relativ lang waren ja und das ist dann bei kleinere Frauen oftmals problematisch aber wir haben ja für jeden etwas nee sehr schön richtig toll dieses Jäckchen für 59,99 du trägst da jetzt immer Größe ey bei Cecil ist super prima fast wunderbar ja und dann hast du ja auch eine Tonetasche für 39,99 ja ehrlich ja super ist das ein toller Preis ja finde ich auch das ist wieder so Tata die liebe ich weil du kannst halt einfach alles reinschmeißen richtig da hat es mega viel Platz richtig das ist toll oder und ja zack rein zack bobe da kommen und dann wenn sie leer ist können wir sie wieder als Sitzkizze das stimmt ja ja das ist einfach ja man kriegt ja immer man muss ja aufpassen ja ja nehm ich die Jäste und wenn man dann laufen kalt ist nee 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 aber jetzt kommt ja bald war mir ja war mir ja komm jetzt gibts schon mal die tolle Tasche kürze mir und zeig uns mal dieses wunderschöne Blüschen der tolle Viskose Qualität ja und auch der Blumendruck und die Bündchen so lieben ja also schön toll mir gefällt es wahnsinnig ja richtig frisch auch zu einer Jeans genau und kannst echt auch wieder zu viele Farben tragen weil da sind ja so viel unterschiedliche Farbe drin passt zu allem das versteht ihr richtig gut toll ja schön auch eine gute Länge wieder ja und dann hat das ja oben das Flüschen das ist doch nett guckt mal ein kleines Schliesschen auf und zu ja ist das nicht süß das ist süß das sieht doch klasse aus oder und es ist wie es ist der Kameramann hat mal wieder den Speicher nicht gelöscht sorry sorry ja ja und wir labern ziehen mit ihm er hat halt die Zeit gleich hier im Vorfeld getaktet ach so genau und dann und wir haben jetzt schon wieder zu viel über ich meine klar ihr müsst schnell ihr müsst einfach schneller sagen wir können schneller reden aber im gleichen Volumen aber es gibt so viel zu sagen ja wir können natürlich über eine Bluse 15 Minuten reden ja okay das ist kein Problem insbesondere wenn sie so schön ist wie die ja richtig so sehr die schöne viskose Bluse die ist ein Highlight für das neue Frühjahr ja für das neue Jahr ganz toll wunderbar aber ich finde ja die Hose prima weil irgendwie das ist so eine coole Stoffhose also viskose Nylon Elastan also sehr bequem das sieht es auch also ob es ist die Super ja das zeug ich dann jetzt oder nachher wie du willst du bist frei sie dürfen frei entscheiden also das ist früher hat man ja Steckhose gesagt gell ja hier wird nicht eingetragen hier wird nicht gemogelt hier wird nicht gemogelt wir sehen nicht ein oder aus oder sonst irgendwas ja wir sind wir wir sind so wie wir sind oder ja ja und das ist doch super was wir da sehen komm ich so schnell runter ja also da verschlucke ich mich stimmt aber das ist toll ja wie eine Steckhose hier mit dieser Naht genau ja und auch so vom Bequemlichkeitsfaktor toll habe ich schon gesagt dass die 59,99 kostet Kameramann hast du auch gesagt die Hose nein ja also korrekt jetzt habe ich es gesagt und die Bluse haben wir das schon gesagt ja auch 59,99 also super sehr schön ja und dann haben wir jetzt wieder hier unsere Lieblingssneaker ja also die sind jetzt einfach für jedes Frühjahrsoutfit der passende Begleiter der Schuh hier das ist die tolle Meshqualität von Woche vor 79,95 also sehr schön ja ein schwedisches Produkt oder dänisch ich weiß es dänisch dänisch skandinavisch mein Gott das sind wir doch neulich hatten wir beim letzten Video auch schon ja haben wir Teste Nico nächstes Mal bringst du ein Schild mit ja genau dänisch dänisch schwedisch weiß auch nicht mehr süßnerisch das ist ein süßner Schuh ganz einfach also der trägt sich echt ganz gut ja genau und ihr wisst da drin ist die Karochsohle barfuß ein Wohlgefühl wirklich toll ich liebe sie auch kannst du den ganzen Tag ja richtig und jetzt wir findet ja die Hose so toll und wir haben so schöne und wir haben so tolle Oberteile wir zeigen euch jetzt noch zu dieser Hose ein anderes Oberteil eine andere Kombinationsmöglichkeit also die Nicole wirft sie in ein anderes Oberteil und dann kommt sie wieder und wir gucken nach dem Speicherplan bis gleich ja hey das sieht auch also voll gut so lässig ja richtig lässig cool wow so schnell kann man sich umziehen wunderbar mensch passend auch mit dem tollen Tuch ja wo jetzt wieder das Grün auch von den Schuhen auffängt ja und auch das Design von der Bluse mit dabei hat ja schön von 1999 der Loop toll schön richtig wow ne die ist toll sehr schön echt schön und ich finde den Pulli so toll der ist super ja das ist so richtig das kann man hier jetzt heutzendmal kannst du das richtig richtig raffen ja und dann wird der so ein bisschen kürzer genau hier können wir das auch machen dann sieht man sehr schön und wir können theoretisch aber auch wieder ganz runter lassen ganz runter lassen und man kann dann auch Schleifle an der Säde machen wenn euch die Bindel ein bisschen stören ja toll und was ist toll an diesem Pulli 100% Baumann ja und der fühlt sich ganz ganz toll an für 49,99 du trägst jetzt da Größe passt perfekt also ein richtig schöner Allrounder auch für jeden Urlaub super oder wie gesagt den kannst du hier auch wart hast du schon gesagt was mein Buch kostet ja habe ich schon gesagt ja ja haben wir ja Moment kriegst du jawohl vielen Dank jetzt kommt's jetzt kommt's jetzt geht's los jetzt kommt noch mal ein reines Baumwollteil ja es ist nämlich auch ganz toll ja aber ich will ja eigentlich jetzt geschwind was zeugen jetzt dann sind wir gespannt hoffentlich haben wir genug Speicherplatz ja pass auf genügend genügend geht gut hast du vorgearbeitet warst fleißig sehr fleißig jetzt mache ich das einfach so jawoll oder auch super jetzt hat die Frisur ruiniert auch für die aber gut die sitzt genau so ist das nämlich auch lässig ja das hat dann schon noch mal diesen Casual-Look komm mach es mir doch mal gleich bitte komm so Mädchen also sieht doch super aus mit diesem T-Shirt auch eine Baumwolle von 39 99 und es ist hier ein bisschen also hat ein Dreiviertel ab ja und ist hier hoch also zusammenknäht genau fixiert das fixiert richtig das rutscht dann nicht runter ja richtig toll schön also sieht richtig cool ja so können wir jetzt wieder losziehen um die Häuser und ich finde es echt toll dass du das mit den Schuhen so super passt ja also Wunder also echt richtig toll gefällt mir gefällt mir ja immer geil aber jetzt besonders ja der passende Schuh zum Shirt ja das ist stark amal also wenn dann gleich beides kaufen ja richtig das ist ganz wichtig das ist auch wichtig das ist auch wichtig weil du findest die öfter nicht dieselbe Farbe wenn die jetzt hier drin ist ja und die ist auch nee nicht doch und dann auch und das kommt dann auch gleich schnell da wo man dann die Sneaker braucht und die Stiefelette in den Schrank stellen muss das geht rucki zucki ja ja also und das war jetzt quasi das zweite zu der zu der dieser tollen Hose für 59,99 da hast du Größe 31 Inch an das sind Inchgröße also sehr cool und jetzt würde ich sagen wir wechseln die Hose komplett nochmal das Oberteil genau jetzt machen wir nochmal hier speichern frei und dann geht's los also bis gleich so hier ist sie jetzt komplett neu gekleidet als Neumann Januar richtig so sieht's aus ja aber auch richtig schön richtig schön richtig bequem toll also richtig ja kuschelig super wohlfühlig finde ich auch finde ich auch richtig toll die Jacke das ja Jäckchen jetzt mein Gott Strickjacke Strickjacke muss man immer noch wieder gegen den Stirn hauen dann ist alles wieder in der richtigen Reihenfolge die ist toll das ist so wie so Rippmaterial ja die fühlt sich aber also richtig schön an ja also es ist zum Großteil also es ist zum Großteil Viskose drin es ist aber auch ein bisschen Polyester und ein bisschen Polyamide drin weil es sonst fühlt sich gut an genau sonst bekommen wir nicht aber es ist angenehm ja weil dann poliestisch oder aber ne das macht es halt weicher flüssiger sie hängt sich nicht aus und wenn eine Weste schwer ist das ist blöd und die ist super leicht und mit da kannst du dich echt auch auf die Couch legen richtig ja finde ich auch ist so ein Allrounder auch den du ganz lange im Schrank hast von 69 99 du hast jetzt auch wieder Allround also sehr cool gute Länge geht genau über der Bobbis ja perfekt super und jetzt kommt ein wunderschönes Teil wo du drunter hast das sieht toll aus von 49 99 der Animal ist wieder unterwegs und das ist aber dezent finde ich gell ja das ist also passt perfekt zu einer Jeans ja finde ich auch zeig mal oh das kann man auch auch schön komm jetzt zeig mal was du da hast finde ich schön genau kann man auch wieder hier ja das korrel ja entweder ich lasse es lang jawohl toll oder ich mache es dann halt ein bisschen du es ein bisschen schoppen richtig trapeierst genau und dann ein bisschen super das hat einen toller schnitt ja das ist super weil ich finde jetzt auch klar oversized ist toll das mögen mir aber das ist jetzt das finde ich das sitzt mal schön an den arm richtig hübsch toll prima ja natürlich gibt es in welchen Größen von bis von S bis XXL und die Ecole trägt er alle gut schee sind wir ganz begeistert oder habe ich auch als ich das in meiner Kabine hängst habe gedacht also das ziehe ich an das auf jeden Fall zu der Jeans genau und die Jeans ist ja auch wunderbar also ganz tolle Jeans das ist die Toronto von Cecil ist also eine super Form du trägst jetzt ja auch wieder 31 Inch also richtig sitzt ganz ganz toll am Bobo ja hat sich auch schon bei Neu-Schlupfen ja ganz toll richtig richtig schön also habe ich gedacht oh die ist die ist richtig toll also eine Tonne Hose die gibt es jetzt hier also das ist jetzt 32er Länge haben wir jetzt hier sogar an weil man sie jetzt nicht einfach hier so toll umschlagen kann genau das finde ich einfach lässig die ist bequem sitzt hier gut also ganz 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 toll ja 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 auch oben gell am Bund wie ist sie wieder gekommen ja gut den wollen die Damen halt sehr schau dir und die ist ganz toll also die geht einfach ein Stück hin hoch die truppt ein bisschen alles die modelliert auch und hat da oben so ein bisschen den Keil den Naht ja das ist auch so ein bisschen so Ablenkungsnaht sagen wir immer dazu wir müssen ja ein bisschen bescheißen auf Schwäbisch ja aber toll sind sie perfekt ja schmutz ja habe ich der Preis schon gesagt tut sie echt bin mir nicht sicher sag ihnen doch ja ob die in deinem Schrank mit ja ja weil die ist so bequem ja weil die ist echt ja wisst ihr was jetzt mache ich was jetzt stehe ich mich daneben mit einer anderen Sesslung du hast doch auch eine Toronto ja ich habe nämlich ja sage mal die kuscheln mich aus wir machen jetzt wir machen das ganz als ein Preis eine Frau und eine Frau wissen halt wie man es macht so Preis 59 99 59 99 und ich habe jetzt auch eine Toronto ist aber für ein toller Preis für die Jeans für die Jeans ist das doch super oder also wer sie haben will beziehungsweise das komplette Outfit einfach anrufen richtig und wir schicken es raus wir schicken es kein Problem also wer kann kein vorbeikommen sagt uns ja auch also ist ja klar das ist ja selbstverständlich aber wir verschicken egal weil dann wieder manche anruft und sagt oh schicken ja dann klar ich brauche hin wir haben ganz tolle Boxer also schön ja wir machen das mit viel Liebe und Freude ja also und ich habe jetzt massiv ach du hast sie auch und du hast sie auch hochgeschlagen ne ich habe nämlich die Toronto Straight ja also das ist die die jetzt das unter quasi nicht so ein bisschen zusammen geht wie jetzt der deine die ist gerade meine ist gerade ja und gerade auch so in Verbindung mit meine ich habe jetzt Schuhe von Woden von 89 95 die sind jetzt ein bisschen anders zeig mal zeig mal seitlich die Schuhe bitte seitlich also hier die sind ganz toll schaut so beide Farben und hier habt ihr noch die Korksohle ne also das sieht man dann die sind so angenehm ja jetzt wäre auch so ja warum hast du mir tauschen ja warum hast du mir den auch noch gestellt die haben hier nur vorgebracht richtig also so sieht man tolle Hose ja also auch für jeden für jeden Körper das ist gar kein Problem und die sitzt ja drüber hier schaut mal und das ist halt auch so wo so non-wasch oh ja die ist super guck mal die Blätter in der Fall ja 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 also komm jetzt zieh ich auch warum noch was anders an also bis gleich jetzt aber hallo so kann man die Jeans ja auch super kombinieren hallo ja prima wenn das eine tolle Sache in meiner Kabine hat dann und ich gar nicht weiß was ich jetzt anziehen soll aber richtig toll oder Kamerad ja sehr schön ja siehst du wir sind begeistert juhu ja ja also schön das Jäckchen auch ganz leicht ja ja von 49,99 ist doch super auch ja auch hinten schaut mal wie toll ganz leicht super so leicht meliert also schön ja auch Viskose auch ein bisschen Poly mit drin aber mehr Viskose so haben wir halt einfach die Leichtigkeit des Seins genau die haben wir sowieso ja also sehr schön und auch in Verbindung mit deinem schönen Täschle wo du dir jetzt noch gekleilt hast auf dem Wehle also auch schön da gibt es halt auch wieder den Schultergürtel genau von 79,99 hier haben wir da richtig schön auch toll hell also wunderbar Frühlingsfarbe genau der Frühling gell ja aber das sind auch jetzt Sachen wo wir euch heute zeigen das könnt ihr gleich sofort anziehen kannst ja ja ist doch schön toll rein den haben wir und dann zieh mal mal das magst dann zeigst du uns mal das schöne Blüsli das ist auch toll ja reines Viskoseblüsli ja auch schön mit dem Kragen einfach der klassische Schnitt ja das haben wir jetzt ein bisschen vermisst also hat einfach der Kragen oftmals gefällt viele waren einfach Kragen los und jetzt sind wir wieder ganz glücklich ja das sieht cool aus ja das sieht sehr gut oh super oder Kamera sehr gut 39,99 diese Blüse ja ist toll wie gesagt reine Viskose prima da könnt ihr dann auch mal eure Pulunder drüber ziehen die ihr dann noch habt ja das habe ich auch noch in der Hohen guck ah ja das kann man dann drüber ziehen prima dann hat es ein bisschen wieder den winterlichen Charakter oder einfach so oder dann mal die Jeans ja die Länge ja die Länge ist doch super also die gefällt mir auch gut und gerade in Verbindung mit der tollen Jeans lässig ja toll könnte man jetzt auch das Nikon weiß dazutragen also oder auch das hellblaue richtig wieder da mein hellblaue schön toll prima ich zeige jetzt noch geschwind mein Pulli ja den geht achso echt komm wir sind doch wir zwei also hier mein schöner Pulli habe ich jetzt meine zwei hübschen Pulli Lines beide gehen voll gut ganz leichte Qualität richtig schön hier auch beide von 39 99 und der hier fällt echt reichlich aus den hat ich sogar in 36 und bin auch völlig begeistert weil die Armlänge guck mal die passt die passt mir wenn er mal hört das bei mir das ist bei mir so ja ist immer alles so langsam und so kurz aber es gibt auch schön ja man kann das auch eine tolle Frage dazutragen hier schön sehr schön ja magst du das sehr schön sehr schön oder also schön sind wir wir gehen jetzt seit unseren Sonntag Sonntag Schensummer genau Schensummer und jetzt geht jetzt unseren Prosecco schlafen und noch ein Cappuccino und oder Tiramisu Tiramisu oh ja das mag ich am liebsten oh Tiramisu das so sucht ja also schön dass ihr wieder mit dabei wart und dann freuen wir uns schon wieder auf den nächsten Sonntag geil immer wieder gerne und was dürft ihr natürlich nicht vergessen wäre schön wenn ihr uns abonniert würde uns riesig freuen lasst ein Abo da und wir sagen bis ganz ganz bald liebe Grüße von uns auch vom Kammermann Tschüss es gibt ja auch immer viele Grüße also bis dann macht's viele Grüße zurück Tschüss Tschüss We fashion you up Mode war gestern Fashion ist heute Fashion und Schuhe für Damen und Herren Modehaus Rika in Süßen